Ich bin Mathe Peter und in diesem Video schauen wir uns direkt an einem Alltagsbeispiel an, wie der proportionale Dreisatz funktioniert. Das Beispiel lautet, für das Backen von 4 Kuchen werden 10 Eier verwendet. Wie viele Eier werden für 7 Kuchen benötigt? Immer wenn du solche Dreisatzaufgaben lösen möchtest, dann empfehle ich dir, dass du die zugehörigen Größen erst einmal ins Verhältnis setzt. Du kannst sie aufschreiben oder gerne zum Training auch mal im Kopf vorstellen, aber es sollte ungefähr sowas hier sein, wie 4 Kuchen entsprechen 10 Eiern. Wie gesagt, schreib es dir auf oder versuch es dir auch mal zum Training im Kopf vorzustellen. Und jetzt, wie viele Eier werden benötigt? Alles klar, die Anzahl der Eier ist unbekannt, ist x. x ist die Unbekannte, die wir ausrechnen wollen. Also wie viele Eier brauchen wir für 7 Kuchen? Das heißt, 7 Kuchen entsprechen dieser unbekannten Anzahl x, die wir ausrechnen wollen. Und bevor du jetzt anfängst zu rechnen, solltest du dir immer erst mal klar machen, ob es sich hierbei um eine proportionale Zuordnung oder eine antiproportionale Zuordnung handelt. Gut, ich habe das Ganze jetzt schon vorgegeben, aber versuch es trotzdem noch mal kurz zu durchdenken. Wenn ich mehr Kuchen backen möchte, brauche ich dann mehr Eier oder weniger Eier? Na gut, für mehr Kuchen brauche ich mehr Eier, also mehr Zutaten. Das bedeutet, wenn die eine Größe steigt, steigt auch die andere Größe. Wenn sie gemeinsam steigen oder gemeinsam fallen, dann nennt man das proportional. Wenn sie entgegensetzt sich verhalten, weil ich jetzt mehr Kuchen backen möchte und ich brauche dafür weniger Eier, warum auch immer, dann wäre das antiproportional. Das schauen wir uns einfach mal in anderen Videos an. Das kommt dann immer auf die Aufgabenstellung drauf an. Aber gut, aber bei der proportionalen Zuordnung können wir ganz einfach rechnen. Wir müssen nur, um auf diese unbekannte Größe x zu kommen, die Zahlen, die neben dem x stehen, diese beiden Zahlen multiplizieren und am Ende müssen wir noch teilen durch den Wert, der schräg gegenüber liegt. Also die werden multipliziert, geteilt wird durch den Wert und als Ergebnis kommt die gesuchte Größe bei raus. Ist gleich. Okay, schreiben wir es nochmal ordentlich auf. Die gesuchte Größe ist gleich. Die Zahlen, die daneben stehen, werden multipliziert, sieben mal zehn und geteilt wird durch den Wert, der schräg gegenüber liegt. Und jetzt kannst du es gerne in den Taschenrechner eintippen, aber ich denke, das kriegen wir auch im Kopf hin, weil das relativ einfache Zahlen sind. Zehn durch vier beispielsweise lässt sich kürzen, weil beides gerade Zahlen sind. Wenn wir unten jeweils oben und unten durch zwei teilen, bleibt unten eine zwei über, oben eine fünf. Das heißt also, wir haben sieben mal fünf ist 35 und und ein Nenner bleibt eine zwei über. Was ist ein 35 halbe? Hm, naja, 34 halbe ist eine 17. Nur eben, dass wir ein halb mehr haben, also noch eine Komma 5 hinten dran. 17,5 Eier brauchen wir also, um unsere, ähm, wie viel waren es? Sieben Kuchen zu backen. Ähm, ja, was sind 17,5 Eier? Nimm einfach 18 Eier. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonniere den Kanal. Danke dir.